Erneut eine turbulente Woche, über die wir sprechen möchten im Finanztalk und zwar diesmal konkret nicht nur über den Bitcoin, der vielleicht vor allem nur im Kaufsignal steht, sondern auch über Aktien, die sich in der nächsten potenziellen Aufschwungphase erholen könnten. Eine Coinbase, eine Sixt, eine Lufthansa sind nur einige der Werte, die wir jetzt gleich im Finanztalk sprechen. Herzlich willkommen beim Finanztalk zum Wochenausklang. Wir haben den 15. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein. Ich darf wieder mit unseren StarTradern ins Gespräch kommen zum Markt und habe mir als erstes den Christian Schlegel herausgepickt. Hallo Christian. Grüß Gott. Wir haben wieder Volatilität gesehen in dieser Woche, also nicht nur das Thema Jahrestiefs beschäftigt, sondern nun auch neue Quartalszahlen. Den Auftakt machten die US-Unternehmen, die Pepsi war über den Erwartungen. Wir hatten eine Taiwan-Semikontakt, das ist auch gut. Und dann kamen die Banken gestern mit einer JP Morgan Morgan Stanley. Die sahen nicht so gut aus, oder? Ja, also toll waren sie nicht, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn wir die vergleichen mit dem Quartal des vergangenen Jahres, waren sie nicht besonders gut. Aber letztendlich, die haben Geld verdient und nicht so wenig. Deswegen finde ich das Abstrafen hier vom Markt ein bisschen kritisch. Wir haben bald die Zahlen von Commerzbank und von Deutsche Bank, die werden nicht besonders gut sein. Jetzt kommt diese WhatsApp-Affäre, so nenne ich das mal, wo also alle möglichen Banken, JP Morgan, Morgan Stanley, schon direkt zu Strafgeldern verurteilt wurden. Aber ich bin der Meinung, dass wir hier auf diesem Niveau langsam die Banken anfangen können. Darüber hinaus habe ich sowas wie SIX. Die bringen Anfang des Augustes Zahlen und wurden gerade eben wieder frisch zum Kauf empfohlen. Zum Beispiel von Haug Aufhäuser mit Ziel 170. Wir haben was wie Fraport. Fraport hat gesagt, sie haben erheblich mehr Leute, ganz klar, auch wenn da die Gepäckstücke gesucht werden. Aber die Leute wollen reisen. Sie wollen wieder raus. Das merke ich hier sogar in München schon. Ich bin auch ganz gerne im Biergarten. Aber die Leute wollen raus. Und wenn die Fraport gut kommen, kommen die Lufthansa-Zahlen, die werden auch bald veröffentlicht, auch recht gut. Also das sind so Geschichten. Ich kaufe auf diesem Niveau SIX. Ich kaufe eine Lufthansa. Ich glaube, dass die auf Sicht von zwei, drei, vier Monaten tendenziell beide eher besser gehen sollten. Was den DAX betrifft, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wir sind sehr nah an diesem Jahrestief von 12.390. Wir sind noch nicht weit genug weg, als dass man das einen Doppelboden nennen könnte von März, beziehungsweise von vor zwei Wochen. Aber es ist erstmal einer im Chart. Aber das ist so fragil. Da muss man also sehr, sehr aufpassen, dass man da nicht zu große Positionen hat. Das kann der Deal des Jahres werden. Aber ich möchte gern erst den DAX über 13.360 sehen mit Schlusskurs, um zu sagen können, der hat sich etabliert, dieses Doppelboden. Also ich passe ein bisschen auf. Ich habe kleine Positionen. Jetzt lassen wir nochmal auf die Banken zu sprechen kommen. Also JP Morgan ist auf dem Niveau von November 2020. Da war ja im Zuge der Zinsanhebung in den USA erst einmal die Fantasie im Markt, dass die Banken mehr Marschen verdienen. Und ist genau das Gegenteil eingetreten. Rezessionsangst und höhere Risikovorsorgen. Muss man da sich ein bisschen Sorgen machen, dass die Banken diese Gewinne, die sie jetzt haben, überhaupt noch halten können nächsten Quartalen? Wenn eine Bank die Möglichkeit hat, Risikovorsorge zu betreiben, und das tun ja die amerikanischen Banken, finde ich das erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht. Ich muss auch damit rechnen, dass hier, sei es durch Corona, sei es durch die Ukraine-Krise, dass hier diverse Unternehmen Schwierigkeiten bekommen. Wenn die Banken aber die Möglichkeit haben, Risikovorsorge zu betreiben, finde ich das erstmal gar nicht so verkehrt. Schlimmer wäre es, wenn die Banken aufgrund mangelnder Gewinne nicht die Möglichkeit hätten, da Risikovorsorge zu betreiben. Also ich finde es in Ordnung und ich glaube auch nicht, dass es letztendlich so schlimm wird von den Insolvenzen her. Okay, klares Statement. Und man hat ja auch aus der Vergangenheit gelernt und deswegen gibt es die Risikovorsorge. JP Morgan hat zum Beispiel auch gesagt, wir sparen uns mal das Geld für die Aktienrückkäufe. Das brauchen wir an anderen Stellen dringender. Apropos Risiko, den Tobias Adler, unseren Krypto-Experten, habe ich auch mit hier im Talk. Hallo Tobias. Servus. Ja, die Risikoanlagen, die sind ja so ein bisschen rausgegangen in den letzten Monaten, aber in den letzten Wochen hat sich dann gezeigt, dass beim Bitcoin speziell so eine Art Boden, zumindest optisch im Chartbild sichtbar ist, um die 20.000 US-Dollar kann man das Ganze einzeichnen. Ja, die Frage, die sich da anschließt, ist, nach einem Boden geht es dann auch wieder aufwärts? Also ich warte momentan eigentlich drauf. Wir sind jetzt aktuell Stand jetzt aktuell bei 20.812 Dollar. Wir hatten bei 19.666 das vorher ein Hoch aus, Moment, lassen wir das kurz groß machen, das kommt aus November 2017. Und also vor dem letzten Bullrun, das All-Time-High vorher. Und ja, da sind wir jetzt gerade ziemlich genau. Ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Wir haben im Tageschart, haben wir jetzt noch eine Trendlinie, die abfällt. Und gleichzeitig unterhalb dieser Trendlinie ein gleichschenkeliges Dreieck, aus dem wir eigentlich schon nach oben ausgebrochen sind. Und dann wieder nach unten das nochmal getestet haben. Und ich warte eigentlich momentan nur auf einen Ausbruch. Und wir haben sowohl im Tageswochen als auch im Monatschart. Dauert es einfach noch ein paar Tage, bis das Signal im Monatschart auch bestätigt wird? Ein Bodensignal. Und das kam zuletzt zum Jahreswechsel 2018, 2019, bevor wir von 3.400 auf das letzte All-Time-High liegen sind. Also auf die, im Moment, was ist denn das? Ich glaube, 60.000, 65.000, irgendwie sowas. Und das Signal kommt relativ selten. Ja, also ich bin recht positiv. Matic hat schon recht gut angezogen. Und also Polygon, da haben wir im Endeffekt schon einen neuen Aufwärtstrend im Tageschart. Und was momentan auch sehr interessant ist vom Zeitpunkt her, und was auch dazu beiträgt, ist das Jubiläum von Binance. Die haben aktuell für, glaube ich, 13 Coins null Trading-Fees. Und seitdem geht das Volumen natürlich auch dann entsprechend nach oben. Also momentan ein sehr interessanter Zeitpunkt, sowohl von den Schartmarken als auch, wie gesagt, vom Zeitpunkt her selber. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir aus dieser Sidewards-Range, die wir jetzt seit ein paar Wochen haben, jetzt endlich mal auch nach oben ausbrechen. Weiter runter geht es, glaube ich, nicht mehr. Das wäre auch jetzt quasi schon fast die Beantwortung meiner Nachfrage, die ich mir im Kopf gestellt habe. Betrifft das nur den Bitcoin oder zieht die bekannteste Kryptowährung die anderen einfach dann mit nach oben? Normalerweise ist Bitcoin eigentlich so der Vorreiter und zieht dann eigentlich den Rest dann mit. Also ähnlich wie bei Aktien S&P 500 zum Beispiel den DAX dann mitzieht. War nicht Binance auch mit in dem Konsortium, die Twitter kaufen wollten? Also Elon Musk und der Stadt Katar Binance und noch Larry Ellison, glaube ich. Und jetzt ist das abgeblasen. Hat Binance ja ein bisschen Geld übrig? Das ist die gute Frage, wie es da abläuft. Also Kohle-Technisch haben sie definitiv genügend auf der Seite. Mit den ganzen DeFi-Sachen oder dieser DeFi-Crash, was jetzt war, da haben sie anscheinend, also gerade mit Luna, haben sie recht geblutet, wie ich das so gelesen habe. Aber ich glaube nicht, dass das Binance jetzt großartig was ausmacht. Ja, das ist auch einer der größeren. Ich weiß nicht, ob Binance jetzt Aktien hat. Coinbase hat soweit ich weiß Aktien. Genau, damit hast du ja die Rolle des Moderators schon übernommen. Ich sage schönes Wochenende, Spaß beiseite. Ich wollte noch mit dem Walter Peters sprechen. Hallo, Walter. Ja, hallo auch von mir. Das Stichwort ist gegeben. Binance ist nicht börsennotiert. Die einzigste börsennotierte Kryptobörse, muss man aufpassen, die wird da hintereinander, ist tatsächlich Coinbase. War zwischenzeitlich mal 110 Milliarden wert, aber das ist lange her, als der Kurs über 400 stand. Mittlerweile pendelt sie sich um die 50 ein. Auch da können wir einen Boten-Einzug halten, Walter, oder? Ja, ich beobachte den Bitcoin ja auch. Und wenn der Bitcoin stabil ist und vielleicht anzieht, dann ist eine Coinbase dann natürlich, die darf man nicht außer Acht lassen. Und die profitiert dann halt auch etwas stärker als der Bitcoin vielleicht, wenn der Bitcoin anzieht. Man hat ja gesehen, dass der Bitcoin die 20.000er jetzt Marke die letzten Tage auch gut gehalten hat. Und immer wieder gab es so kleine Rücksätze, also bis an die etwas unter 19.000. Aber da kann man relativ schnell wieder hoch. Ja, heute sehen wir ja den Preis, der deutlich stabiler ist. Und über 20.000 hat er sich jetzt ein bisschen gefestigt. Gestern war er darüber. Und heute Nacht war er auch. Hat sich auch da über 20.000 gehalten. Ja, Coinbase handle ich auch immer sehr, sehr gerne. Ja, und wenn der Bitcoin halt, wie gesagt, anzieht, kann man eine Coinbase auf jeden Fall auf die Watchlist holen. Gestern hatten wir bei einigen Werten so eine Art Reversal gesehen. Auch der Goldpreis war mal kurz unter 1.700, dann wieder nach oben. Der Ölpreis WTI war unter 92, dann auch wieder nach oben. Könnte es noch mal so ein kleines Rausschütteln geben, deines Erachtens, Walter? Ja, wir haben ja letztens miteinander gesprochen. Und da waren wir, ich habe ja die Inflationsdaten angesprochen. Und ja, die Frage ist halt, wenn wir den Peak bei den Inflationsdaten gesehen haben, dass der Markt vielleicht dann nach oben drehen könnte. Ja, wir haben den Peak, ja, wir haben ja jetzt gesehen, dass die letzten Inflationsdaten ja über 9 Prozent waren, 9,1, glaube ich. Ja, der Markt hat das aber gut weggesteckt. Ja, man kann damit vielleicht schon so etwas erkennen, dass ja zu viel Panik im Markt ist und selbst so eine schlechte Nachricht den Markt jetzt nicht mehr zusätzlich, ja, Druck verleiht. Ja, sondern man hat ja auf Tagesbasis gesehen, dass die GNSDEC hat sich erholt. Gestern war eine schwache Eröffnung, ne, und im Laufe des Tages haben wir auch eine Drehung nach oben, ja, eine Rörelse gesehen, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, ja, heute kommen noch Daten aus den USA, ja, und eventuell sehen wir ja vielleicht einen kleinen, kleinen, ja, die Stimmung ist einfach viel zu schlecht und das haben wir jetzt ja mehrere Male schon besprochen und das könnte vielleicht irgendwann mal zu einem, jetzt muss ja ein Funke überspringen und dann zieht alles, alles, alles mit. Das stimmt. Also Erzeugerpreise kommen noch, Importpreise, Exportpreise, Kapazitätsauslastung, Verbrauchervertrauen, Uni Michigan. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen und damit sind wir, denke ich, gut gebrieft für diese Woche und ich bedanke mich für eure Expertisen. Schönes Wochenende schon einmal. Schönes Wochenende. fuckFI ? didn't goddess ich